Es muss ja jemand mal dieses Requisit brauchen. Muss nicht. Selbstverständlich. Du kannst aber auch das dazunehmen, um es irgendwie ... Brauchst du das, Harry? Nein. Um Gottes Wünschen. Zu klein für das, was ich vorhabe. Der Bauer ... Setz mich weg. ... hat nach dem Tierarzt gerufen. Und es kommt die Tierärztin. Und legt einmal die Spritzen weg und sagt ... Ich glaub, das werden wir nicht brauchen. Sehr geehrter Herr Landwirt, ich versteh nämlich die Sprache der Tiere. Das müssen wir haben. Eine Tierärztin. Und noch dazu eine, die sagt, sie versteht die Sprache der Tiere. Das ist sehr lustig. Wenn Sie das verstehen, geht's eh wunderbar. Gehen wir mal in den Kuhstall, gehen rein. Kaum sind in dem Kuhstall drinnen ein Mun ertönt von der ersten Kurve der Zentse. Hm, 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 hm. Sag er, was ist? Sag sie, interessant, was mir die Zentse erzählt. Was sag sie? Sie hat einen rostigen Nagel im Vorderlauf, im Huf. Und sie haben das nie gesehen. Die hebt den Huf auf, zieht den Nagel raus. Die Kuh ist total zufrieden. Der Bauer schaut. Denk sie, das gibt's ja nicht. Ja, das kann ein Zufall sein. Gehen wir in den Schweinestall. Ein riesen Grunzner tönt. Die Male-Sau steckt sofort auf. Bop, 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 bop. Sag sie, interessant, interessant, was mir die Male sagt. Sag, was sag sie? Was sag sie, die Male? Die Male hat gesagt, sie haben beim Finanzamt beim letzten Wurf sieben Ferkel gemeldet. Und elf hat's geworfen. Und die Viere haben's gleich schwarz als Spanferkel verkauft. Das ist ja so. 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 Genau sie in den Hof. Da steht eine Ziege. Mutterseelen alleine. Beim Hals. Und keinem Hof. Bei einer sind sie stecken. Kaum sieht die Ziege. Die hat so. Ah, interessant, interessant. Sagt der Bauer. Geh. Kleinsinnig. Kleinsinnig. Ein Mal und da, wo ripp's auf. Ja, nicht so. Ja, nicht so. Na gut. Ja. Ja, ich bin so. Dr. Drehbuch. Was. Das war. Ja, ich bin so.